Und vielleicht ist es für dich als Familie 5 Euro oder sowas nicht viel, aber für das ganz große Projekt ist es ganz, 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 ganz viel. Deswegen lade ich ein, wenn du sagst, ich möchte es gerne regelmäßig tun, kein Problem, schnappt euch euer Handy, startet die App und da gibt es Senfcon-Initiative. Und ich fände es so schön, wenn wir vielen, vielen, vielen Familien ermöglichen können, bei Spring dabei zu sein. Dazu schauen wir einen Film. Liebe Freunde, jeder von uns verbindet mit Spring ganz persönliche Erlebnisse und Highlights. Manche Urlaub, gute Konzerte, Erholung, Sport, Spiel, Spaß, gute Predigten, Lobpreis, Freunde treffen, interessante Seminare, etwas wenig Schlaf, Tiefgang. Spring ist groß, ermutigend, unterhaltsam und bunt. Wir alle lieben Spring, so wie es ist. Aber leider ist der Aufwand immer riesig. Und die Kosten auch. Spring soll so bleiben, wie es ist. Wir wollen das Programm und die Qualität so vielfältig halten, wie es für Spring typisch ist. Und wir wollen, dass die Teilnahme an Spring weiterhin für alle möglich ist. Besonders für Familien und Menschen mit geringem Einkommen. Deshalb haben wir uns das hier überlegt. Wir suchen Leute, die mit kleinen Beträgen Spring monatlich unterstützen. Mit wirklich kleinen Beträgen. Los geht's schon ab einem Euro monatlich. Oder fünf Euro im Monat. High five. Oder zehn Euro. Das ist auch völlig okay. Oder etwas mehr. Oder weniger. Die Beträge sind deshalb so klein, damit jeder mitmachen kann. Unser Ziel ist, dass mit vielen kleinen Beträgen insgesamt 20.000 Euro in einem Jahr zusammenkommen. Klingt nach viel. Ist es doch. Doch gemeinsam packen wir das locker. Bist du dabei? Es wäre super, wenn du bei der Senfkorn-Initiative mitmachst. Und mithilfst, dass Spring so bleiben kann, wie es ist. Wir sagen schon einmal von Herzen. Danke. 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 Und du kannst Teil dieses Senfkorn sein. Du kannst Familien helfen, dass sie bei Spring dabei sein können. Ihr dürft es gleich in den Bechern tun. Ihr dürft es aber auch über die App tun. Öffnet die App. Direkt am Anfang findet ihr den Punkt Senfkorn-Initiative. Vielen, vielen Dank für jeder, der dabei unterstützen kann. Dass Familien hier dran teilnehmen können. Die Becher werden jetzt bei den nächsten Lieds durchgehen. Dankeschön. Warte hier. Hallo. Hallo. Du meinst heraus dein Bild. Mein Weg ist noch nicht am Ende, weil er gerade erst... Nee, die Pannung.